so leute willkommen bei einem neuen part vom pokémon sagt gold und letzten part haben war diese scheiß die selbst scheiß mit hank zigtausend silbären gegeben und dass die heute nicht gesund werden total unnötig habe ich hasse mit dank obwohl wir werden richtig geil weil es ist schnell ist es gut auszeigen und einstecken und kann es ja selbst teilen das ist ein ganz viel geil aber trotzdem hast du dich jetzt an ob die pest und drachen gut mit der politik viel besser und drachen gut immer 200 schaden das war richtig geil was ja ein bisschen op und wir sind nicht tot gut noch mal drachen gut und schiss politik das war's mit dir und wahrscheinlich auf level 30 auf juhu endlich und erlernt endlich schaufler ich weiß es nicht nein erlernen wir nicht okay taurus welch noch politik war ein ich sollte die attacken relativ weg stecken und teilt auch recht gut aus mit rasierblatt plus der wundersatz hat die ganze zeit haben wir schon seit anfang das letzte place 5 5 6 glaube ich ja genau und lässt man hat auch flieger war jetzt synthese lernt was eigentlich sehr geil ist man kann sich nicht immer selbst teilen um ein weiterer gar kein schein gemacht scheiße egal ich denke mal ich dass er auch viel dass er mehr schon machen wird ja genau und rasierblatt volltreffer kommen schon bitte und sagt hier sind kommst du es wieder ja es macht kein schaden kommt schon diese 15 schaden statt stecken wir locker weg noch mal rasierblatt und ich noch noch einmal haben was geschafft das ist doch endlich tot oder auch doch nicht was nicht von kackteile will der mich nerven so wie der rasierblatt kommt schon nur ein volltreffer das ganze sache wesentlich leichter machen ja ja schlaft durch taurus in der erste runde es schläft dann noch mal und dann besser dann wacht er gleich wieder auf ja genau steht schon noch mal und ich noch mal angreifen und dann macht er wieder auf und ich hoffe mal ganz stark dass er nicht wieder erholung einsetzen wird warum sag ich jetzt eigentlich er macht es ja so oder so okay ja komm schon rasierblatt mal wieder bei erholung schläft mehr immer zwei runden was ist eigentlich relativ gut finde weil in der oh mein gott scheiße reiz hat er es gewollt also erz er ist abgewehrt aber das nervt mich nur ich das sind endlich tot auf dem boden sehen die gegenschlag und naja so rasierblatt und ich hoffe er setzt nicht erholung ein ich würde ich wiederhole nicht ja danke für die bohre jetzt von der volltreffer genau im richtigen moment eigentlich finde ich so 1300 hammer geil und das verschwindet ein halbes level für flieger war die mutter ruft schon wieder an das stellt kein krank mehr so ja leg auf mutter ok hallo macht jetzt so und dann sind wir auch bald schon beim besten arena orden angelangt denke ich mal aber ich glaube das ist der also wo jetzt das muss der sechste sein ok doch egal warum nicht knack soll ja auch noch aufsteigen deswegen trainieren wollen dann müssen mal so opfern nur ein traum ist es ein mal gucken und ersetzt hier gerade schreibe habe ich keine angst vor und kommt schon schlitzer folter war oder auch doch nicht ja stern schauer ist eigentlich speziell oder hast du hast das physisch ich weiß gar nicht ist ja auch egal er hat nicht viel schaden gemacht mehr müssen wir nicht wissen und besser ich anbieter für sondern ich nehme einfach aber aber wurde besiegt so genau kommt schon wieder sand grab sehr effektiv und ja vielleicht noch mal und dann ist das ding auch tot ok flammen gerade ist nicht so effektiv das heißt es macht auch nicht viel schaden neuer ok geht so ich hoffe sie sind gab trifft jetzt weil das ist echt ärgerlich ist klar ist klar leute es ist klar noch mehr meine fresse und naja es macht noch fünf schaden ist relativ egal es sieht nicht gut aus kommt jetzt trifft aber ich habe stütze einletzten können das auch gewesen aber ich weiß nicht ich kann das ist eigentlich eingesetzt habe weil es hat nicht nur eine genauigkeit von 80 und stützende wesentlich höhere naja was sollt oh mein gott mülltank hier kommt schon simsala ich brauche dich ist auch nur 30 also die level der grundsätzlich das passt schon und einmal sie strahlen beim defensiv also darauf hat normal verteidigungs relativ gut mit aber speziell nicht gut nicht so ob die bodyslam wir sind tot nein gut das ist doch besser weggeschickt als ich dachte ich habe gedacht wir extrem wichtig beteiligung bloß ein mild tank mit step und bodyslam er doch macht ganz schön schaden unsere rechte 31 geiler scheiß 93 spezial angefangen das ist voll übertrieben wir können wir müssen also wenn wir energie behaupten müssen sie mir auf jeden fall beibringen ok wieder einer super portion auf knackschel dankeschön und ich finde wir hier immer noch ein hp ab das geben wir mal folie proben hat ein körper so kommt es gut und jetzt geht es gegen die typen ich glaube der hatte der hat das schluss glaubt dass also ein pikachu fliegt hoffe ich weiß ich weiß es nicht ich glaube aber mit den svenska schlüsse sind dann gar hat der klasse gute chancen ok ein pie ein pie kommt schlitzer also jetzt sehe ich es hier ist ja kurzer dank haben wir überlebt überlebt sind wir nicht eingeschlafen so gibt die kann gar nichts und der ständigen auch wenn ich erfahrungspunkte kliefer wie wäre das ja genau pipi nochmal schlitzer schon wesentlich weniger schaden machen ja genau sei befürchtet lucky chant ok wir können keine volltreffer landen das braucht man auch nicht mit drachen gut das war nicht wirklich schaden ist richtig lustig und würde drachen gut auch was scheiße er würde auch volltreffer landen können das sind 80 schaden macht das verfehlt ist ja auch irgendwie lustig kommt und tschüss pipi und damit nein noch nicht nee noch gar nicht so kli fable das pixi da bringen wir mal sind sondern rein weil ich scheiße ich glaube ich kacke andersrum ich glaube genau knuddeluff war ob es tschuldigung definitiv aussieht und pixi war speziell ausgelegt scheiße genau falsch gemacht egal was soll es ich sie stirbt stirbt oder sie bringen sie um nicht so richtig die metronom georgang gegen schloss wir sind dort wochen land war auch im krieg jetzt genau gegen stoß damit wird man sagen egal dann kommt die blabber sein und die laber setzt einen ruck zuckib ein und damit ist pixi down schüss pixi perfekt erst feier aber so extrem aber über level aber also eben die jetzt mit anderen die mitgliedern und so jetzt geht's finde ich gut ja können wir machen ja wir können auch über pikachus und lamos reden und was weiß ich so ein scheiß ist mir total egal über fleckmann auch und ja kommen wir so jetzt noch dich hier und dann war es der gute auch schon und dann gibt es gleich in die nächste stadt wo der leuchtturm ist glaube ich war ja klar und hier ist ein knuddeluff genauer gerade gerade kam pp und pixi und jetzt kommen knuddeluff und nein warte luft 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 knuddeluff genau wie der schlitzer genau so welcher franz gut wahrscheinlich 222 mit 234 wo ja genau jetzt kommt der jigglypuff ich werde jigglypuff geht immer in prof hoher wort wird nein spaßplätze also schlitzer bm kallefucke finde ich sehr sehr gut und levelaufstieg auf 31 cooler scheiß jetzt kommt ja mitgliedhaft und da korn kann muss ein kann muss ich schon einfach kämpft der kann auch mal wieder rein go kam uns wir lieben dich okay hier ist du wirst du wirst ja noch ordentlichen schaden ja ist doch egal der zeit gewissheit ein und gewissheit schon macht genug schaden wir schlafen schon wieder ein es ist doch nervig egal was soll es egal was so noch mal ach nee wir haben wir schlafen ja genau wie vergisst dich ist ich bin er unglaublich ja jetzt ruhig ein ekl 1 ist total egal mach endlich auf bisher sollte man kurz knapp ob einmal auf einmal gewissheit reichen zu killen wieder weiter ein ekl einsetzt und und es gilt ihn nicht und man hat damit lebt alter was für schaden er hat jetzt fünf mal getroffen jetzt auch schwierigkeiten die können aber so kein problem und leider kein level aufstieg für kramburg finde ich schade so und ist doch nicht was nur gras weil ich auch mal gucken können was das was wird getroffen trainer tipps ja das wissen wir auch also halt mein kopf fluss gegen bäume einsetzt das landbruch und rausfallen ich will gucken was hier drinnen geht in dem gras ganz gut drin auch und auch in unser team so gut wie komplett ist okay wollte weil wir 27 alter könnte ich mal trainieren eigentlich weil so der level unterschied auch nicht und er kommt hier ja ich kann ein bisschen gucken einfach mal guckt die menke finde ich genauso scheiße die wollte weil naja ich denke ich jetzt nicht so viele coole pokémon deswegen lasse ich das mal begehren die stadt jetzt rein es passt und fahrrad und feste stadt genau oliviana city glaube ich im deutschen achat kommt meine rivale raus also der aaron kommt raus machen wir jetzt die kampf ich weiß gar nicht ja erst nicht hier ja jetzt weiß nicht nein wir kämpfen nicht schade eigentlich so ein schöner kampfer noch cool gewesen in dem part jetzt aber was soll es ja genau die arena das ist nicht jeder gesagt die ist in leuchtung aber man hat auch nicht gesagt ja das haben wir gucken auf und dann war es auch schon mit dem part mal wieder aber ich glaube doch vorweg noch ein paar leute hier ansprechen sind verdächtig für die hier drin finde ich persönlich irgend und irgendjemand gibt uns garantiert was und aufwächsten finde ich diese frau neben dem pc weil die macht gar nichts das ist aufwärtig machst du was ja ok toll langweilig die blöde ballkapseln bekommen auch das ein trainer ja jetzt kommen wir sehen wie die ballkapsel aussieht wie süß total langweilig fiktig hier los dran gut was macht ich weiß die hälfte leider nicht schade ja lockt du setzt euch lockt auf ein das bringt ja auch nicht das bringt dir nichts was sony eigentlich wird jetzt stück zu einsetzen hätte ich auch mit folter gehofft aber nein was soll's wie schön wie heißt das zauberblatt genau und schlitzer und schluss blübella down 1100 alter das ordentlich jetzt fangen wir die anderen und dann war es auch für den vater ja ach ich gleich noch gar nicht erwähnt was halt kriegen wir jetzt welche genau was ich noch erwähnen wollte das ziel eigentlich was so ja ich gesehen das ziel diesmal ist eigentlich zweimal gegen die top 4 zu kämpfen hat einfach einmal nach den ersten acht in der orde acht arena orde und dann einfach dann 16 noch mal ja ich habe mal ja lol 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 die ist verschwunden leute lol die ist weg lol wo ist die hin dann hätte ich mal lesen sollen was die gesagt hat scheiße sie ist weg lol na egal was soll's haut rein leute bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.